Hallo lieben Musikfans, na wer ist hier? Genau, DJ Maximus das Original. Aber ohne Römerhelm, denn der gehört mit Eigenstatt dazu. Zu meiner Werbung, nicht lachen, ja, weil es gibt noch viel chaotischere Dinge da draußen, wo man drüber lachen könnte, ja, das tut ihr ja alle heutzutage. Kann man ja gucken, was so die idiotischsten Dinge sind, wo die meisten Klicks drauf sind. Ich mache es mit meinen neuen Digitalsongs, die es wirklich in sich haben, die tanzbar sind und gute Laune versprühen. Aber jetzt geht es erstmal in eine andere Kategorie, zu den Techno-Freaks da draußen. Ja, Techno ist ein Überbegriff in viele Kategorien hinein. Bei mir ist es heute mal Tech House, ja, aber sehr rhythmisch. Hört es euch einfach an, das ist auch ein cooler Song. DJ Maximus kann auch anders machen, da der Mann weiß, worauf er spricht und hört es euch an. Ich hole mich einfach an, das ist auch ein cooler Song, das ist auch ein cooler Song. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020